Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 27. Februar 1989. Vor 35 Jahren starb der österreichische Verhaltensforscher Konrad Lorenz. Ein Beitrag von Monika Seinsche. Konrad Lorenz wächst in einer Villa bei Wien auf. Im parkähnlichen Garten drumherum beobachtet er schon als Kind Tiere, Feuersalamander, Enten, Wildgänse. Aus der kindlichen Neugier wird später sein Beruf. Er studiert Biologie. Und nun macht er eine wichtige Entdeckung. Als eines Tages ein Graugansküken aus dem Ei schlüpft, nimmt er es kurz hoch, schaut es an und setzt es dann wieder ab. Das Küken aber folgt ihm von diesem Moment an überall hin. Das ist das Phänomen der sogenannten Prägung. Konrad Lorenz Jahre später in einem Interview. Wenn Sie eine junge Gans in Obhut des Menschen aus dem Ei schlüpfen lassen, sodass der Mensch das erste Lebewesen ist, das ihm begegnet, dann fixiert die junge Gans in nicht mehr rückgängig zu machender Weise ihre kindliche Anhänglichkeit an den Menschen, denen sie als erstes begegnet hat. Seine Beobachtung aus dem Jahr 1936 hat Konrad Lorenz Welt berühmt gemacht. Ja, er hat mit seiner Arbeit im Wesentlichen zwei große Antworten gegeben. Peter Kappeler ist Verhaltensbiologe an der Universität Göttingen. Zum einen über die große Frage, wie wird Verhalten kontrolliert? Und in diesem Zusammenhang hat er eben die Bedeutung von angeborenen Verhaltensweisen in den Vordergrund gestellt und damit einen Gegenentwurf präsentiert zu der damals vorherrschenden Meinung, dass Tiere einfach nur so reflexartige Automaten sind, wo man irgendwie einen Knopf drückt und dann damit ein bestimmtes Verhalten auslösen kann. Und zum anderen habe Konrad Lorenz gezeigt, dass nahe miteinander verwandte Tierarten auch ähnliche Verhaltensweisen an den Tag legen. Heute gilt er als Begründer der modernen Verhaltensbiologie. Im Österreich der späten 1930er Jahre aber werden Konrad Lorenz Erkenntnisse kaum gewürdigt. Dort herrscht damals ein katholisch-autoritäres Regime, erzählt Klaus Taschwa, Co-Autor zweier Biografien über Konrad Lorenz. Da hatte er als einerseits Protestant und andererseits als Darwin-Anhänger, der an die Evolution glaubt und nicht an die Schöpfungslehre, Schwierigkeiten. Er hätte auch keine Chance auf eine Professur gehabt, er hatte Schwierigkeiten, sich zu habilitieren. Während in Deutschland zur selben Zeit die Biologie ganz maßgeblich von den Nazis auch gefördert wurde. Und das nutzt Konrad Lorenz aus. Im Frühjahr 1938 wird er NSDAP-Mitglied, schreibt im Mitgliedsantrag, er sei selbstverständlich immer Nationalsozialist gewesen und bekommt zwei Jahre später eine Professur an der Universität Königsberg. Lorenz war auch Mitglied des Rassenpolitischen Amts der NSDAP. Und seine eugenische Idee, von der er auch lange nach 1945 besessen war, war die, dass durch die Domestizierung, die er bei Tieren, bei Gänsen untersuchte, dass durch diese Domestizierung beim Menschen es zu Verfallserscheinungen im Verhalten, aber auch genetisch kommen könnte und dass es die zu bekämpfen gilt. Eine falsche Idee, die ihn, wie soll ich sagen, aus heutiger Sicht zu einem noch größeren Nazi machte, als er vielleicht eigentlich streng genommen gewesen ist. Nach dem Ende der NS-Diktatur und russischer Kriegsgefangenschaft wird Konrad Lorenz zuerst Professor in Münster, später in München und Direktor des Max-Planck-Instituts für Verhaltensphysiologie im Bayerischen Seewiesen. 1973 erhält er den Nobelpreis für Medizin, unter anderem für seine Erforschung des Phänomens der Prägung. Diese Entscheidung wird schon damals stark kritisiert, denn es waren Texte von Lorenz aus den 30er und 40er Jahren aufgetaucht, die seine nationalsozialistische Haltung zeigten. Der Forscher kann die Wogen glätten, indem er beteuert, er habe kurze Zeit Gutes vom Nationalsozialismus erhofft und sich dann entsetzt abgewandt. Dass er Mitglied in der NSDAP war, verschweigt er sein Leben lang. Gerade in seinen späten Jahren prangert Konrad Lorenz immer öfter den Raubbau der Menschen an der Natur an, setzt sich gegen den Bau von Kernkraftwerken ein und wird zu einem engagierten Umweltschützer. Also er war einfach eine große Persönlichkeit mit vielen Widersprüchen, die wir heute in gewisser Weise aushalten müssen. Konrad Lorenz stirbt am 27. Februar 1989 in Wien.